Heute zeige ich euch, was ihr machen könnt, wenn euer Kuli nicht mehr schreibt. Ihr kennt das bestimmt alle, wenn ihr den Kuli einen Tag oder so mit der Miene draußen liegen lasst, dann schreibt er meistens nicht mehr. Ich zeige euch heute, was ihr dagegen tun könnt. Viele Leute nehmen dann den Kuli und hauchen dagegen. Aber wieso funktioniert er dann wieder? Beim Hauchen kommt immer ein bisschen Flüssigkeit mit raus. Dadurch wird die Tinte wieder flüssig. Wenn ihr haucht, braucht es aber meistens ein bisschen. Ich kenne einen besseren Trick. Ihr nehmt einfach euren Zeigefinger und tippt ihn ein paar Mal auf die Zunge. Dann tut ihr mit dem Zeigefinger und dem Daumen gegen die Miene drücken. Und reibt es ein bisschen ein. Dann guckt ihr, ob die Miene wieder schreibt. Und wie ihr seht, funktioniert das wieder. Viel Spaß dabei! !